Willkommen meine Freunde zu Sorok, der Videogame. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Spiel. Und wir starten ein neues Spiel gemeinsam. Auf normal. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hallo, Detective Tapp. Ich möchte ein Spiel. Deine Obstattung mit mir hat dich von deinem Leben. Und die Leben von anderen. Du verbringst alle Ressourcen für dich. Deine Leben apart, in deinem Geist zu finden. Du hast deine Familie verloren, dein Badge, sogar die Leben von deinem Partner. Detective Sing. Du hast deine Hölle verloren. Wittelt weg von der Blutte in deinem Kopf. Aber du hast nicht gegeben, hast du? Jetzt werden wir sehen, ob du kannst deine Obstattung. Keine Ahnung. Du weißt nicht, dass die Geräte verbunden ist. Deine Ahnung. Es ist die Wahrheit von deinem Geist. Hier ist was passiert. Wenn du verlierst. Freie dich von der Geräte. Und mich. Oder sit da. Und lasst es dir. Ich werde dich entfernen. Die Wahl ist deinem Kopf. Die Wahl ist deinem Kopf. wir gehen. Where are you, Jigsaw? I won't play your game. I won't! Okay, number four, three, seven. So, four, three, seven, perfect. Oh, shit, what did you do? Escaping this room will require teamwork. Activating the panel will open both doors. Detective Dapp, you must first find the object in the toilet. to unlock the battle. As for the toilet, I've gathered refuse from the obsession of drug addicts. Now, detective, dig through others discarding trash as you forced others to dig through yours. If either one of you fails in your task, the bombs in this world will detonate. I suggest you hurry. Okay. This guy in black dropped something in one of those toilets. I think it's clear. But you have to search the point. Oh! 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 fuse. It's insane. Where are you going? God damn. No way. Jah. Put your shoes in there. Sie haben nackte Füße bestimmte Gefahren, wie die Glashärben vor ihnen können ihnen Verletzungen hinzufügen. Es wird der Licht. Wurritten in den Boden und abtunnen. Halt es! 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 Sie werden nie nachhaltig sein, bis sie arbeiten sollen, um ihre Erlöse zu erinneren. Sie gehen von Kradel zu Kradel, um die Welt zu geben, ihnen alles zu geben. Ich zeige ihnen die Möglichkeit des Todes und die Sorgen sie müssen, um zu bleiben zu bleiben. Wir werden sehen, welche Sorgen sie machen, wenn die Zeit kommt. Die Zeit, was jemand sehen? Detective Tab wird hier bald. Das ist die erste Begründung von seiner Obsession. Er sollte sie nicht hören können, aber sie ist drohend. Tab weiß wie das Spiel funktioniert. Und was wird passieren, wenn er nicht eröffnet hat sie in Zeit? Schau die Schlüssel für sie selbst. Und wir werden sehen, ob der Detektiv kann seine Begründungen beschützen. Entschuldigung, das ist Teil meiner Spiel. Nichts persönliches. Ich würde etwas schnell holen, wenn ich ein Mensch war. Gib mir das Spiel! Kampfhaltung! Komm her! Autsch! Oh! Schöner Kill! Gefällt mir! Gefällt mir! Schott krähte! Was ist das? Auf der Wegekrankung! Auf der Wegekrankung! Ich habe dich verletzt, Detective. Aber ich habe dich in deinem Körper. In deinem Körper. Wenn du siehst, dann stimmst du. Was ist das? Knacken Ok So und dann muss rüber Perfekt Sehr gut Sehr sehr gut Ich habe ihn gesperrt Sehr brutal Okay Ich habe ihn gesperrt 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 Freiheit ist eine Illusion Okay Wer brauche ich denn hier Ja. Detective Tapp is almost here to release you. He is faster than I anticipated. Tapp? The cop that's been chasing you and interrogating me? He is here to face his obsession and to make a choice. Your life will depend on what it is. Would you let more people get kidnapped, like me? Hmm. Hmm. Oh, sweet. The key to any puzzle lies in his pieces. Sometimes you have to look at a problem from a completely different perspective. Lauf, lauf, lauf! Schnell! Don't lose your wish, Detective. Sometimes you need to search to hide the obvious. What did I tell you? I... Detective Tapp is not the only player here, but he is the answer to your survival. You and others like you must find the key within the detective's body to free yourselves from your own traps. Some of you will choose to be apathetic, others will be more aggressive. Detective Tapp is the key to end your suffering. So, I was here, down here... DMC... BOOM! 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 Was ist das? Ich habe die Karten, okay Oh, wie eine falsche Taste Komm, steh auf, komm, steh auf, hä? Die desk in front of you holds the badge of the partner you failed to protect Fitting, since it also holds the key to free the witness you chose not to protect Do you remember her name, detective? Or did you squeeze her for information and throw her away? You have the key to her chamber Hurry, was she good to join the fate of your lead partner? Sing I'm so sorry Five minutes? Okay Okay Five, seven, nine Abschluss Abschluss Suck The drugs, the cutting, none of it I know you won't I don't know what else I can say, what else I can give You're alive. Don't get breathe! Don't get breathe! Hello, Amanda. You remember me. I want to play a game. You told our friendly detective that I saved you. But you forgot your lesson. You damaged your body with drugs and pain. Now the needle will save your life. Each of you will be injected with different poisons that will slowly break down your body. The device in front of you contains the antidotes to each of the poisons. The red vials go to the left and the blue vials to the right. But be careful. Incorrectly mixing the antidotes will cause some discomfort. The last time we played, you freed yourself by taking a life. Now your only salvation is to put your trust in someone else. Live or die, Amanda. Okay. Okay. I think I'm going to find blue, right? Red? No, blue. Ja, oder? Ja, oder? Ja. Ja, oder? Someone, please make it stop! Okay! Hm, hey, hey! Das ist wirklich schwieriger, ich mal. Ich denke, ich denke, ich denke, ich denke... Ja. Geschafft. Sehr gut. Es ist okay. Du bist okay. Was hast du damit gemacht? Was hast du gemacht? Ich bin nicht er. Ich bin nicht derjenige, der... Es ist okay. Ich bin nicht derjenige. Ich weiß es nicht. Schau, wir müssen mit seinen Regeln spielen. Ich sah ihn. Ich sah ihn. Wer ist er? Was sah er aus? Das ist alles, was du interessierst? Ich habe nur knappe sterben. Wir sind alle hier, wegen dir, Detektiv. Oh, hell mit dem. Ja, mein Freund, das war's schon mit dem Part. Mit dem Video. Ich bedanke mich, meine Freunde, für die Zusehen. Ich kann nicht glauben, dass ich hier wieder bin. Ich bin nicht derjenige, dass ich hier wieder bin. Ich bin nicht derjenige. Ich denke, meine Freunde, wir sehen uns bald wieder. Vielleicht kommt ein neues Video, ein neues Part heraus. Mal sehen. Bis jetzt bin ich mit dem Spiel sehr zufrieden. Hat Spaß gemacht. Ein guter Run. Ein guter Lauf. Ich war schnell. Und hat Spaß gemacht. Ich kann nicht meckern über das Spiel, weil das Spiel ist schon sehr gut, muss ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.